Was macht denn der Urthalerhof hier auf der Wiesn? Wir sind mit unseren Pferden hier. Wir dürfen für das Hofbreihaus dieses Prachtgespann fahren. Und somit sind wir einfach mal jedes Jahr hier auf der Wiesn. Und zwar während der ganzen Oktoberfestzeit, vom Einzug bis zum letzten Tag. Wo sind denn die Pferde während der Oktoberfestzeit? Im Zirkusklone sind die untergebracht. Und während des Jahres stehen sie bei uns am Urthalerhof draußen. Die kennen das Mühe selber, die Pferde. Aber wir sind vertraglich mal getrunken ans Hofbreihaus. Und was ist noch im Herbst los im Urthalerhof? Was im Herbst los ist, ja ganz was Neues habe ich. Wir haben uns heuer schon mal unterhalten. Wir haben doch auch unseren Dünger, Rinder und Pferdimis vom Urthalerhof. Natürlich seit mehreren Jahren schon mit Biolit, d.h. mit Urgesteinsmehl, aufgewertet. Aber seit heuer haben wir auch EM, effektive Mikroorganismen. Und wir arbeiten mit diesen. Und ich sage Ihnen, ich habe noch nie etwas Positiveres erlebt, als mit diesen effektiven Mikroorganismen zu arbeiten. Das ist ein Gesetzerl, das ist einfach ein Abendfüllen. Aber es ist auch unheimlich spannend und interessant. Bis dann.